Guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Lichtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen bei einem weiteren Video. Leute, ich nehme euch heute ganz spontan mit, wir filmen auch mit dem Handy. Heute als allererstes Geburtstag von Her Story Feed. Ihr könnt nur alle gratulieren, sie hatte gestern Geburtstag. Wir schenken ihr ein paar Axel Adigato Schuhe, genau. Und ja, über mein Outfit. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Viel Spaß in diesem Video. Wir gehen aus dem Essen, by the way. Und dann gehen wir noch mal essen und dann gehen wir feiern. Aber ich weiß nicht, wie lange ihr dabei seid. Auf jeden Fall, Freunde, Plan. Ich bringe jetzt kurz das Geschenk mit diesem süßen Luftlong. Wir haben da noch so zwei Konfetti-Kanonen und noch irgendwas, keine Ahnung. Bring ich jetzt ins Restaurant, weil das ist direkt in der Nähe von mir. Das heißt Sasamtamtam oder so. Aramsamsam, Aramsamsam. Keine Ahnung, auf jeden Fall sehr, sehr geile Sushi-Bar. Und dann treffe ich mich mit Lukas an irgendeinem Markt. Ich würde euch sagen, welcher Markt ist es, aber das erfahrt ihr dann. Ich kenne mich halt einfach nicht aus in den Video, sorry. Falls ihr euch fragt, warum ich zu Fuß gehe. Ich weiß, keiner fragt sich das. Ich habe gerade einen Roller gehabt. Akku ist leer gegangen. Kuss geht raus an ein Tier. Aber da ist der nächste und die klaut ihn mir gerade. Verdammt. Da, seht ihr den Roller da? Den sie gerade nimmt. Die zwei zumindest. Den wollte ich eigentlich gerade holen. Kuss geht raus an euch beide. Ihr habt mir gerade mein Tor versaut. Versteht ihr? Meine Toro. Unnötigen Umweg gerade gegangen. Der Bruder fährt jetzt weg. Ist aber nicht allzu schlimm. Wir haben schließlich nur noch 650 Meter. Die kann man auch zu Fuß gehen. Danach cruise ich mit dem Roller. Ich muss ehrlich sagen, Wien ist absolut dafür gemacht, dass man mit dem Roller fährt. Ich weiß nicht, ob hier das Restaurant ist. Aber auf jeden Fall habe ich diese Adresse eingegeben. Sieht nicht aus wie ein Restaurant. Sieht eher aus wie so eine Anwaltskanzlei. Aber da steht Sazatang. Also wird es richtig sein. Ihr müsst wissen, die Geburtstagslocation hat das Geburtstagskind ausgesucht. Eine Minute, 37 Sekunden später. Die Jungs, Beste. Die verstecken das Schöne, dass Sabrina nichts verstanden ist. Weil die darf das nicht sehen. Der Plan ist jetzt. Lukas und ich weiß nicht, ob Sabrina jetzt schon direkt dabei ist. Wenn sie dabei ist, dann muss ich mit ihr reden. Weil das Thema WG habe ich noch nicht vergessen. Ihr habt doch gut supportet. Sie hat sich auch so gefragt. Hey, warum schreiben die Leute? Weil sie hat meine Videos nicht angeschaut erst, weißt? Dann habe ich so eine Nachricht bekommen. Du Fego. Aber gelassen Sie es nicht vergessen. Auf jeden Fall da ist jetzt ein Roller. Wir sehen uns gleich, wenn wir beim Markt sind. Können wir mal bitte ganz kurz festhalten, wie schön diese Stadt ist? Zu riesig. Da ist ein Basketballplatz, da spielen Kids. Dieser Park einfach überall. Schön. Auf jeden Fall, Freunde, hier ist Kasperl Theater. Wir befinden uns schon am Kaisermarkt, glaube ich heißt es. Ich weiß es nicht. Seht ihr da vorne? Riesig. Auf jeden Fall auf diesem wunderschönen Markt, wo ich... Ah, Karmalitermarkt, so heißt der Markt. Jetzt sehe ich es. Da hinten. Seht ihr? Karmalitermarkt. Genau, auf jeden Fall hier, Freunde, befindet sich Ugi's. Auch, würde ich sagen, so der Döner, wo wir sehr oft essen gehen. Eigentlich sehr, sehr oft, wenn wir nicht zu Fährab gehen. Ich finde, auch einer meiner favorite Döner. Einfach stramm, immer stabil, immer lecker, schön frisch, knackig. Hoch die Hände, Wochenende. Wie, warum quer? Warum hältst du dein Handy so wie meine Mama? Weil ich einen Vlog drehe, du Anfänger. Ja, ja. Historyfeed. Auf jeden Fall war es der Plan, ganz kurz, hier. Ähm, wir sind heute Nacht unter... Wir gehen jetzt Fischer essen. Außer, ich weiß noch gar nicht, was es gibt, aber heute ist Nacht der langen Märkte. Passt, danke. Auf jeden Fall, ihr könnt immer noch Historyfeed überzeigen, dass ich mit Lukas WG machen kann. Können wir gerne machen. Okay, passt. Kein Problem, gerne. Alter, perfekt. Alles Gute zum Geburtstag. Nein, zum Früh. Scheiße. Wollt ihr rauszulässer? Ja, wirst du nicht. Ja. Ähm, äh... Für uns... Sind jetzt die, die drauf sind? Ich habe einen Welch Riesling 2018 und einen Zardröhe. Welchen würdest du empfehlen? Die Mischter Satze sind auch. Willst du nicht Schimpaniere? Wie möchtest du den Satz haben? Ja, dann hab ich schon Schimpaniere. Und die Mischter Satze sind auch immer da. Dankeschön. Rosé Tings. Wir nehmen auf jeden Fall Oyster. Oysters, wie viele und welche? Ja, das ist jetzt die Frage. Was hatten wir denn letztens? Gelato. Die würde ich auf safe wieder nehmen, oder? Da würde ich... Erstmal sechs, acht. Willst du mit so genau, oder? Sechs. Sechs, acht. Sechs. Sechs. Drei, drei, jeder. Oder sieben. Okay. Nein, sechs. Sechs. Auf jeden Fall, das Restaurant heißt Lieblingsfisch. Genau. Was sagt ihr eigentlich zu historical Taren? Ich würde gerne ein anderes Thema thematisieren. Welches? Was ist mit dem Liedstrich, du? Der mag den nicht. Ja, den mag ich auch nicht. Nee, der geht auch nicht. Der muss auch ganz schnell wieder abgeschafft werden, Chef. Was magst du denn? Yeah. Meine Zuschauerinnen und Zuschauer, bitte entscheidet über diesen Liedstrich. Ich bin für nein. Wenn er nicht wäre, würden deine Augen mehr zur Geltung kommen. Verschrausche. Du würdest doch erholen, es wirkt so ein bisschen 23 irgendwie. Bubelistuff. Ist das the right amount? Kannst du bitte so einschränken, dass es nicht so sehr blubbert? Danke. Den Schaum wollen wir nicht. Echt jetzt? Aber der Schaum verschwindet schnell. Was soll ich jetzt machen? Ich bin Anfänger, Amateur. Nein, Spaß macht nicht, gell? Salute. Salute. Lukas, herzlichen Glückwunsch. Auf jeden Fall waren die Äußer letztes Mal sehr, sehr gut. Die waren sehr gut, ja. Hast du die jetzt schon umgedreht? Ja, gell? Was ist der Trick eigentlich dabei, dass wenn man sie aufmacht, dass da so wenig Steine wie möglich sind? Naja, du schaust, dass du den am Rand natürlich nochmal, die Profis machen so mit einer Bürste. Ja. Dass sie es ausbürsten, aber das machen wir selber hier auch nicht. Wir tun es ein bisschen mit dem Messer so wegputzen. Und das Wichtige ist halt beim Umdrehen, dass du wirklich den Muskelschaden unten löst, damit du es gescheitert umdrehen kannst. Ja. Sonst zerfetzt es so. Ich muss ehrlich sagen, Platz 1 bis jetzt diese Ausdrehen, oder? Endgegner. Ich sage euch ehrlich, die haben einen schönen Biss. Was ich zeigen will, ist Gelardo Nummer 2. Für alle, die hier auch mal probieren wollen. Schön, sieht elegant aus. Das steht hier auch, muss ich ehrlich sagen. Boah, das ist ruhig, freie Orangenlimonade. Ist das Ding? Ist das Ding? Mund vorbereiten. Halleluja. Gut, Sandro B. gewesen. Sieht echt ein bisschen aus wie Sandro B. Voll, ja. Vor allem mit der Pferdeflascherei im Hintergrund. Passt. Als kleines Special haben wir da jetzt den Bottoro. Geflammt mit Teriyaki und Orangen-Terghets. Was wir über über geredet haben. Ja, ja, ja. Ist er frisch oder ein bisschen gestanden? Wow. Der ist komplett. Wow, wow, wow. Was sagt ihr Freunde? Ottero. Sabrina, das kannst du auf jeden Fall hier probieren. Ja, auf jeden Fall. Das können wir uns begehen lassen. Hallo. Es ist so für dich. Es ist one bite, oder? Ja. Ich hoffe, ihr habt das Rescue getroffen und ein Globo-Limit, ne? Warum aber? Ja? Warum? Damit euch beruhigt, weil das so gut ist. Echt? Okay. Den haben wir zuletzt in, wo gegessen? Düssel? Wo waren wir in diesem krassen Sushi-Nefi? Genau, aber da hatten sie nicht den Ottero, da hatten sie nur diese, wie heißt die Zwiebel? Ah, diese drei Fettstufen von Tuna. Die waren auch krass. Hau rein. Ja. Diese kritische Blicke noch von Lukas. Und dann, hm. Ich kann mir nichts zu sagen, das ist einfach, aber auch dieser Reis, Sushi ist einfach der Schick, muss ich ehrlich sagen. Und wenn du es nicht schneidest, musst du aufpassen, wie du es schneidest, das mit dem Strich, so ein kleiner Schick. Aber ist das jetzt schon Ottero? Das ist Ottero, oder? Aber ich meine, da drin geht es ja noch weißer, oder? Ja, ja. Es kommt davon an, welchen Teil du hast, aber wir können halt alles weg. Aber es ist halt kompletter Bauch. Willst du deiner Freundin vielleicht auch was geben? Das ist ein Gier-Hapfen, gell? Nein, mach ich gerne. Aha, genau so funktioniert das. Beziehungstipps bei Randy. Es ist ganz gut, hier, ne? Sag, Rainer, hier. Zittermilch. Oh, warum aphrodisierend waren die Äußer, hä? Es geht noch fettiger auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich der fettigste Teil. Schmeckt noch so leicht, so eine Mischung aus Ottero und der normalen Mischung, so leicht mit Eisen. Es ist nicht so ganz, ich habe auch schon mal weitergeklafen. Aber es ist trotzdem extrem lecker, ja. Das finde ich jetzt auch ganz so geil, muss ich ehrlich sagen, so ohne Salz. Ja, ja. Aber es ist fettig, fettigfischig, finde ich. Ja, aber würdest du, würdest du das immer so, also ein bisschen Salz, ein bisschen Soja-Soße auch so eigentlich. Ah, okay. So, Freunde, es geht weiter. Wir fahren ins Restaurant. Ja, eventuell. Ja, eventuell. Baba? Ja. Ja. Uber kommt jetzt. Wir sehen uns. Was? Wir waren ja heute schon dort. Weiß haben wir ihn aber nicht. Barsli, hattest du das Restaurant empfunden? Ja. Das ist nicht gut. Ich habe ja wohl erwartet. Okay, ganz kurze Introduction zum Restaurant. Ja. Also wir gehen jetzt ins Sazatam. Ich war da selber noch nie. Ich glaube, das Restaurant gibt es seit einem Jahr. Aber es sieht sehr fancy aus. Fancy? Wo ist da ein Restaurant? Ich weiß es nicht. Das sieht aus wie eine Anwaltskanzlei hier. Ist es das oder was? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich kann es nicht sehen. Ich kann es nicht sehen. Ich kann es nicht sehen. Ah, okay. Im Hausentfoto. Im Hausentfoto, ja? Unser Pflänzing bei Sabrina. Das sieht überhaupt geil aus. Auf jeden Fall, wir schauen jetzt rein, Freunde. Du hast mich heute noch nicht gesehen, Freitzy, Frank. Da bist du noch offen. Ah, passt. Richtige Antwort. Wow. Was sagt ihr, Leute? Hier oder was? Ja. Oh, nice. Alter. Auf jeden Fall, Freunde. Das ist unsere Area. Cool, oder? Ja. Ich finde das schon geil. So eine eigene Area. Es ist halt so ein bisschen... Es sieht nur ein bisschen ungemütlich aus. Ja, ich wollte es gerade sagen. Es sind nicht so Sitze, wo du so vier Stunden sitzen willst. Aber egal. So sieht der Fisch auf jeden Fall aus. Das ist so ein bisschen schmerzen, wenn ich die Stühle anschaue. Show mir das. Gott. Echt dunkel hier, ja? Alter, was hast du euch für grüne Augen, Alter? Das ist ja schön. Das ist ein richtig hübscher Monday Lounge, gell? Ich bin ein Ninja. Ich bin ein Ninja. Das schmeckt gut, nicht? Mh, smelly Tix. Ero, Ero. Ero, blöd. Das schmeckt gut. Auf dich. Schmeckt gut. Schmeckt gut. Sasa-Tam. Es gibt sehr, sehr viel zur Auswahl. Wir haben hier ein paar proper Blitz. Then some homemade pasta. Main dishes. So I choose the proper mains and you choose the proper Blitz. Okay, man. And then we find two guests. Schmeckiger. Hi. Der Ritz-Guy himself. How are you? Dann habe ich hier für euch zweimal Tonatataki auf einem Rice Krispies mit spicy mango mayo. Und Soya Glaze, in diesem Fall ohne Kabe mit Pasi kommt sofort. Soya Glaze. Bitteschön. Danke. Dann haben wir hier das XObi. Das beides kommt auf jeden Fall hier rein. Was gibt's hier noch? Dann haben wir hier Salata. Dann haben wir den Crispy-Aki-Shop an einem Cashew-Mosket-Merit. Dann haben wir den Saar-Saprino. 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 Ich sehe den. Kost. Kost mal. 14. Kost. Möge es mal kosten? Und was? Wie gut ist das? 1 bis 10. 8. Liebe Grüße aus Barschli. Bitteschön. Danke. Höh. Schmarrn. Danke Barschli. Aber warum nur eine Flasche Barschli? Was soll der Schmarrn? Boah. Was geht denn hier drin eigentlich ab? Hab schon gehabt. Hab schon? Diese Sauce ist geil. Auf jeden Fall. Das schmeckt arg. Das schmeckt arg. Das schmeckt arg. Das schmeckt arg. Gabel. Ah. Krott. Ich bin ganz ehrlich. Ich dachte, das ist so mächtig. Entfernen Siehe. Aber das ist, wie ich sagen, noch zu essen. Ja. Ich hab mich nicht vertraut. Ich war sehr skeptisch. Aber das ist wirklich. Wirklich gut. Achso. Entgegen. Es ist wirklich gut. Ich bin Randy und das ist mein 8. Glas Wein. Das ist Lukas und das ist mein 3. Das ist mein 12. Drink. Mein Name ist Matthias. Mein Name ist Anna und das ist mein dritter Drink. Mein Name ist Anna und das ist mein dritter Drink.